Sommerplausch Heidelberg Eine weitere Ausgabe unserer Reise für junge und junge Lühne führt uns zum ersten Mal nach Deutschland in die Nekarstadt Heidelberg. Die weltoffene, romantische und moderne Stadt ist genauso wichtig für einen Sommerplausch. Sieht übrigens als einer der schönsten Orte Deutschlands und ist für Bezug aus allen Ecken der Welt ein begehrtes Heidelberg. Die zigtausende Studenten und Wissenschaftler aus aller Welt prägen das Stadtbild. Sie beleiern nicht nur die unbegrästige Pläne, sondern machen Heidelberg zu einer sehr internationalen und braunen politischen Stadt. In der über 40 sind der Einwohner jünger als 30 Jahre alt sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.